Hallo, ich bin Benni Dura und das ist mein Buch Benni Dura Makeup Schule 2 Kreative Ideen. In diesem Buch sind ganz viele tolle Looks und einer davon heißt Begierde, den ich damals mit Lucy van Ork kreiert hatte. Diese Step-by-Step Geschichten sind so einfach und wie das geht, zeige ich jetzt an meinem Modell Alexandra. Bevor ich mit dem Makeup anfange, bereite ich die Haut vor. Dazu nehme ich einen Tonic, ein Gesichtswasser und mit einem Wattepad gehe ich damit sanft über die Haut. Die Haut bekommt eine Nachreinigung und sie wird erfrischt. Dann nehme ich ein Feuchtigkeitsfluid und damit wird die Haut optimal vorbereitet. Sie wird befeuchtet mit Hyaluronsäure, von unten wird sie aufgepusht und von oben wird sie gestrafft durch die Paragresse, die in dem Produkt drin ist. Das ist ein pflanzlicher Botoxstoff. Dann bauen wir einen Einzelnen mit ihr an die Haut. Dann würden wir die Haut. Dann bauen wir einen Einzelnen mit einem Wattepadar, Dann nehmen es einen Einzelnen. Dann können wir hier die Haut, und dann wissen Sie, dass wir hier ein Einzelnen goodness waren. Dann werden wir die Ausgang mit der Haut. Dann können wir die Ausgangsmodelle aussehen. Dann können wir uns wiedersehen, Untertitelung des ZDF, 2020